In unserem Leben läuft nicht immer alles glatt. Das liegt daran, dass wir hier in einer gefallenen Welt leben, in der uns heftige Dinge widerfahren können. Solche Dinge können sein, kleinere Rückschläge, das können Sorgen sein, das kann Geldmangel sein, das können Krankheiten sein, das können Anfechtungen sein, das können Versuchungen sein, die uns immer wieder in die Sünde leiten. Das kann Druck auf der Arbeit sein, das können Enttäuschungen sein von Menschen, das kann ein Tod von einem Menschen sein, das können Enttäuschungen sein, wo wir uns voll auf Gott verlassen haben und wo wir nicht das bekommen haben, was wir wollten. Und in solchen Momenten denkt man sich häufig, dass man alles hinschmeißen will, dass man einfach nur aufgeben will, dass es sich vielleicht gar nicht lohnt zu glauben, dass man an einen Gott glaubt, der nicht gut ist. Und da zweifelt man auch an Gott und an seinem Glauben. Und im Hebräerbrief hatten die Empfänger ein ähnliches Problem. Sie haben damals Jesus kennengelernt. Nicht wirklich, aber durch die Verkündigung der Apostel haben sie Jesus kennengelernt. Sie haben diese Botschaft erhalten. Sie haben gewusst, dass Jesus für sie gestorben ist, dass Jesus für sie ans Kreuz gegangen ist. Und sie haben diese Botschaft angenommen und haben auch sehr viel für Christus gelitten. Sie haben Misshandlungen erlebt. Ihnen wurde ihr Besitz weggenommen. Und es gab Juden in ihren Reihen, die ihnen gesagt haben, dass sie zurückkehren sollen in das Gesetzliche, dass es nicht reicht, dass Jesus für sie gestorben ist, sondern dass sie auch sich an das Gesetz halten müssen, dass sie sich beschneiden lassen müssen, dass sie Opfer bringen sollen. Und der Hebräerbriefschreiber warnt sie davor, das zu tun, weil er sagt, dass sie damit ihren Glauben wegwerfen. Wir sollten uns nur auf Christus verlassen und nicht auf irgendwelche anderen Dinge. Und in Hebräer 10, Abvers 32, sagt er ihnen, dass sie sich daran erinnern sollen, wie sie für Christus gelitten haben und wie sie das alles mit Freude ertragen haben, dass ihnen ihr Besitz genommen werden wird, haben sie ertragen, weil sie auf einen weiteren Besitz gehofft haben, weil sie wussten, dass sie einen Besitz erhalten werden, den ihnen niemand wegnehmen kann. Und damit ist der Himmel gemeint, die himmlischen Zusagen. Und in Hebräer 10, Abvers 35 bis 36, warnt der Autor sie dann, werft diese Zuversicht doch jetzt nicht weg und mit ihr eine so große Belohnung. Was ihr braucht, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handelt, werdet ihr alles bekommen, was ihr euch zugesagt habt. Und das sind ein paar heftige Verse. Der Hebräer Briefschreiber weiß ja, wie viel diese Leute durchgemacht haben, wie viel die Empfänger gelitten haben auch für Jesus und er erinnert sie an diese alten Zeiten zurück und sagt, hey, da habt ihr standhaft festgehalten, obwohl ihr so viel Leid erlitten habt. Ihr könnt doch jetzt nicht einfach zurückkehren zu dem, was euch keine Hoffnung gibt, was euch nicht diese Zuversicht gibt, dass ihr die Belohnung im Himmel erhalten werdet. Er sagt hier, wenn ihr weiterhin nach Gottes Willen handeln werdet, dann werdet ihr die Zusagen bekommen, die er euch versprochen hat. Und in Momenten, in denen wir aufgeben wollen, in denen einfach zu glauben so sinnlos scheint, möchte ich euch ermutigen, dass wir genau in diesen Momenten festhalten daran, dass wir nicht für diese Welt leben, dass wir nicht dafür leben, dass es uns hier gut geht, sondern dass es uns im Himmel gut geht. Wir sollen an dieser Hoffnung festhalten und wir singen in der Gemeinde häufig das Lied Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und das ist die Hoffnung, die wir haben können, an der wir festhalten können. Wenn wir mal aufgeben wollen, dann sollen wir immer wieder auf unser Ziel schauen. Wenn wir Rückschläge haben, dann können wir sagen, ich halte an meiner Hoffnung fest. Wenn wir Sorgen, Geldmangel und Krankheiten haben, dann können wir daran festhalten, dass Gott uns zugesagt hat, dass er uns versorgen wird. In Anfechtungen und Versuchungen können wir sagen, Gott ist gut. Ich weiß, dass er gut ist. Ich weiß, dass seine Gebote gut sind. Und ich weiß, dass es sich lohnt, mich an seine Gebote zu halten. Ich will hier auf Dinge verzichten, weil ich weiß, dass sie nur irisch sind, weil sie vergänglich sind. Ich will an dem festhalten, was ewiglich ist. Ich will an dem festhalten, was mir Hoffnung gibt. Und egal, was wir hier auf dieser Welt erleben, das ist nichts im Gegensatz zu dem, was wir in der Zukunft, in der Ewigkeit erleben werden. Diese Zeit auf der Erde ist nur sehr kurz und wir können sie als ein Endspurt sehen im Lauf zu unserem Ziel. So, dass wir einfach, wenn wir die Ziellinie sehen, dann fangen wir, obwohl alles weh tut, fangen wir nicht an langsamer zu laufen, sondern wir mobilisieren nochmal alle unsere Kräfte und laufen auf dieses Ziel zu. Und genau so ist diese Zeit auf dieser Erde. Wir sehen das Ziel und wir müssen trotz unserer Leiden alle Kräfte dafür mobilisieren, auf dieses Ziel zuzulaufen. In Hebräer 12, Vers 2-4 steht, Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartet, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Schaut euch an, wie er die Anfeindungen sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Immerhin habt ihr im Kampf gegen die Sünde noch nicht das Leben lassen müssen. Mach 48-9-13, vers 3-5. Wenn ihr Spasstzen habt, In der Nähe, ところ sind deutsche, die Z über 28-5. Keine Ahnung!